Wir machen weiter mit dem Besten aus dem Katalog. Wir zeigen Ihnen hier Powerpacks, mit denen Sie einfach Geräte betreiben können. Aber nicht nur das, wir zeigen Ihnen auch Kombinationen hier mit einem Solarpanel. Wir haben viele verschiedene Solarpanel. Dank der Sonnenenergie können Sie dann Ihren Strom einfach nutzen, mit dem Powerpack umwandeln und dann sparen Sie natürlich auch richtig gutes Geld. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Ja, und vor allem, man schafft sich eine kleine Stromversicherung, egal was kommt. Man selber und seine Familie hat Strom. Einmal im Kleinen. Kleinen ist eigentlich auch relativ, für diese Sendung klein, 300 Watt Leistung. Nachher erhöhen wir das nochmal verdreifachend, mehr als verdreifachend mit 1000 Watt. Aber beginnen wir hier. Und das ist unser High-End-Gerät. Das ist ein Gerät, das versteckt man nicht. Das stellt man nicht unter den Tisch. Nein, das stellt man ganz stolz auf den Tisch. Sieht im ersten Moment eigentlich aus wie ein modernes Radio oder eine Funkstation oder ähnliches. Aber es ist genau das, was Monika gesagt hat. Ein Powerpack. Also ein Stromspeicher, der es mir möglich macht, unabhängig von jeder Steckdose, Strom zu entnehmen. Und zwar per USB, und zwar USB-A mit Schnellladefunktion und USB-C. Per 12 Volt Gleichstrom mit Rundwohlsteckern, aber auch mit der 12 Volt Steckdose. Und das Wichtigste ist hier unten. Und wenn ich da zwei, drei Sekunden drauf bleibe, leuchtet dieses Licht. Das heißt, jetzt habe ich die 230 Watt zur Verfügung für Geräte bis zu 300 Watt. Und das, was Sie jetzt eingeblendet sehen, ist nicht nur dieser Stromspeicher, sondern es ist Ihre Strominsel. Weil ein Solarpanel, das auch sehr, sehr flexibel ist, gehört dazu. Diana, ich darf dich mal bitten. Und man glaubt gar nicht, dass so flach ein Solarpanel sein kann. Ja, faszinierend. Hier aufgeklappt, werden Sie gleich sehen, da kommt die ganze Größe zum Vorschein. Es hat 100 Watt Leistungsaufnahme. Und das können Sie auch gerne im Camping, im Schrebergarten oder sogar zu Hause auf dem Balkon oder im Garten nutzen. Aufgeklappt haben wir hier auf der Seite noch die Standfüße. Und auf der anderen Seite, da sehen Sie, ist der Standfuß ein bisschen dicker, da sind alle Anschlusskabel mit drin. Und Diana zeigt Ihnen jetzt, wie einfach es auch für Sie zu Hause ist, Ihre eigene Strominsel aufzubauen. Kabel raus, Standfüße, die sind per Klettverschluss befestigt. Auseinander, also ein bisschen ziehen, auseinander, im optimalen Winkel zur Sonne stellen. Und das ist mal ganz flexibel. Und jetzt nur noch den Andersen-Stecker. Das ist der Adapterstecker, der hier natürlich im Lieferumfang enthalten ist. Den in das Solarpanel hinein machen. Vom Solarpanel, Entschuldigung, in das Powerpack hinein machen. Und schon haben Sie Ihre Sonneninsel installiert. Und Sie sehen, das geht ohne körperliche Anstrengung ganz, ganz einfach. Kaum ein Gewicht. Hier sind wir von einem Gesamtgewicht von gar mal dreieinhalb Kilo. Also hier das Solarpanel. Das ist lächerlich. Das brauchen wir gar nicht zu erwähnen. Fast kein Platzbedarf, Sie haben gesehen. Das ist zusammengefaltet. Nicht größer als so ein Pappkarton. Das ist also auch für Camper, für Wohnmobilbesitzer wirklich perfekt. Auf jeden Fall. Weil wenn Sie vielleicht auch mit dem Campingmobil unterwegs sind, dann wissen Sie, es kommt hier auf jedes Gramm an. Weil man darf es natürlich auch nicht überladen. Und hier bekommen Sie die Kombination zum TV-Sonderpreis von 550,99 Euro. Versandkostenfrei ist lieferbar. Also nutzen Sie diese Gelegenheit. Es geht super einfach. Diana hat Ihnen das gerade gezeigt. Einfach aufstellen. Am besten zur Sonne hin ausrichten. Und dann können Sie schon ab da an dann Strom sparen. Ja und genau so schnell wie es aufgebaut ist, ist es auch wieder abgebaut. Das werden wir Ihnen nachher auch noch zeigen. Und Sie sehen, Diana ist da nicht im Stress und nicht sagen, der Ralf ist kein Gentleman, der lässt die Frauen arbeiten. Nein, wir wollten Ihnen nur zeigen, wie einfach das ist. Und Strom hier natürlich in dieser Version wirklich toll, weil es schick aussieht. Wir haben auch, was auch noch essentiell ist, wenn man wirklich keinen Strom hat, hier im Deckel eingebaut eine Beleuchtung. Und mit der kann ich 360 Grad ausleuchten. Egal, wo ich gerade Licht brauche, kann ich das nutzen. Ich könnte im Notfall auch noch ein bisschen auf mich aufmerksam machen mit diesem Blinklicht. Ist auch, wenn man mal eine Party feiert, vielleicht ein Stromoskop. Ja, also für die Kinderdisco. Vielseitig einsetzbar. Und wenn wir das Licht nicht brauchen, dann verschwindet es wieder komplett unsichtbar. Jetzt eben bei Campern ist das gang und gäbe. Viele Camper haben da schon seit Jahren eigentlich Seite Stromspeicher mit Solarpaneln, gibt es transportabel. Aber mittlerweile ist es auch ein Thema für jedermann. Hier vielleicht als Zweit-Powerpack für zu Hause. Viele von Ihnen haben sich vorbereitet, weil ich glaube, das Wort Blackout ist wirklich nicht mehr im Moment wegzudenken aus den Nachrichten. Man hört das, egal wo man einschaltet. Köln bereitet sich jetzt auf einen großen Stromausfall, also auf einen Blackout vor. Ich habe das in NRW gesehen. Ich habe gesehen, die Polizei in Berlin führt Manöver durch. Was wäre, wenn? Also wenn ein Blackout kommt. Und sogar die EU-Kommission hat hier Hinweise abgegeben, dass sich Gemeinde und Kommunen doch auf Blackouts vorbereiten sollten. Und was für Gemeinde, Kommunen und für das Land, für die EU richtig ist, kann für uns Privatleute nicht verkehrt sein. Man sollte sich ein bisschen vorbereiten. Vielleicht haben Sie schon ein großes Powerpack für die Heizanlage. Das wäre natürlich sehr, sehr interessant. Aber vielleicht brauchen Sie auch noch eine Kleinigkeit dazu, die Sie flexibel macht. Und wo Sie dann auch an anderer Stelle, das ist ja auch immer so räumlich, kleinere Geräte betreiben können. Wobei bei 300 Watt sind wir schon. Bei wirklich größeren Geräten, nur mal als Beispiel, weil 300 Watt ist immer so eine Zahl, die kann man nicht so leicht einordnen. Ein moderner Kühlschrank, der braucht so 100 bis 120 Watt. Eine moderne, große Gefrieretruhe, maximal 150 Watt. Mein Fernseher, und ich habe mir einen großen gegönnt, mit 65 Zoll, der braucht genau 210 Watt. Also Sie sehen, ich kann da auch wirklich große Geräte damit betreiben und über Stunden überbrücken. Und, also jetzt mal zusammengefasst, ist das auch ein wunderschönes Gerät. Hier sehen wir auch diese Lederarmband oder Armhalterung, womit ich das ganz einfach transportieren muss, kann ohne großen Kraftaufwand. Und ganz schnell aufgebaut, das haben wir gesehen. Und Diana, würdest du unser Sonnenkraftwerk jetzt auch wieder abbauen? Ja, natürlich. Dann sehen wir, wie schnell das geht. Ja, und die Kombination können Sie sich jetzt sichern. Ihre Stromversorgung mit dem praktischen faltbaren Solarpanel zusammen bestellen Sie mit der ZX 3214 und der 569. Und es geht super praktisch, auch einfach wieder hier zusammenzuklappen. Das Kabel hat die extra Tasche. Einfach wieder reinstopfen und dann ist auch wieder alles hier verstaut. Und dann können Sie es wieder zusammenklappen. Also ich finde es richtig klasse, diese Lösung zusammen. Natürlich haben wir auch unser Design-Highlight hier einzeln. Also ich finde, das sieht aus wie so eine Stromhandtasche, die man wirklich auf dem Tisch stehen lassen kann. Ja, das präsentiert man stolz. Also für alle, die schon Solarpanel haben oder sagen, ich kann es nicht einsetzen oder ich will es nicht einsetzen, müssen Sie ja selber entscheiden. Haben wir jetzt das Gerät nochmal einzeln. Auch natürlich selbe Leistungsdaten, 333 Wattstunden, 300 Watt Maximalbelastung für die USB-Fraktion, die 12-Volt-Fraktion und die 230 Volt. Ja, vielleicht müssen Sie auch irgendwie zu Hause arbeiten und haben dann vielleicht auch mal, wollen Sie die Gelegenheit nutzen, vielleicht im Garten zu arbeiten und haben da keine Steckdose. Hiermit haben Sie dann Ihren Strom vielleicht auch im Kaffee für unterwegs. Wie gesagt, das sieht aus wie eine schicke Handtasche hier. Unser Powerpack bekommen Sie jetzt auch. Ab Lager lieferbar zum TV-Sonderpreis von 351,49 Euro mit der Bestellnummer der ZX 3031. Und der 569 kann das schon bald bei Ihnen sein. Ja, und jetzt werden wir eine Nummer größer. Wir verdreifachen, nein, mehr als verdreifachen die Leistungsfähigkeit. Wir kommen zu diesem relativ neu bei uns im Programm befindlichen Powerpack, also Stromspeicher. Verdreifachen heißt in dem Fall 1000 Watt allein über die 230 Volt Steckdosen. Ich schalte es einmal ein, jetzt muss ich von hinten den Schalter suchen. Dann sehen wir hier im Display auch gleich den Füllstand. Und wir haben, und das finde ich auch ganz wichtig, hier schon integriert Scheinwerfer. Und zwar zwei Stück, links und rechts. Und da sehen Sie es hier auf der Seite einmal jetzt und wir machen das rundum, indem ich den anderen noch einschalte, auf der anderen Seite. Das sieht jetzt gegen unsere Scheinwerfer gar nicht so hell aus, aber im Fall eines Stromausfalls hast du eigentlich das ganze Umfeld beleuchtet. Das ist schon mal ein Riesenvorteil in alle Richtungen praktisch hier die Beleuchtung. Und wir haben mit diesem Powerpack, das eine Leistungsfähigkeit von 1000 Watt hat, jetzt drei verschiedene Kombinationen mit Solarpanel. Weil eben die Gegebenheiten bei jedem anders sind. Wie habe ich Platz? Was will ich machen? Wie viel Watt will ich aufnehmen? Unsere erste Kombination ist auch sehr handlich und man glaubt es gar nicht. Das hier, auch hauchdünn, hauchzart, was eigentlich aussieht wie ein bisschen größere Laptoptasche, ist ein Solarpanel. Und zwar mit 80 Watt Leistungsaufnahmen. Sie sehen, das ist per LED verschlossen. Und jetzt sehen wir, jetzt kommt die ganze Pracht. Hier sind die Standfüße, Anschlusskabel sind hier mit drin. Da sehen Sie, in dieser Tasche. Und so schnell kann man jetzt, jetzt darfst du mir helfen, gern das Solarpanel aufbauen. Natürlich stellen Sie es aus dem Weg, nicht auf den Tisch, ja. Aber ein langes Kabel ist dabei und schließen es an. Und jetzt können Sie hier wieder über 80 Watt Monokristalline Solarpanel das Powerpack wieder füllen. Also das, was man entnommen hat, wieder reinmachen. Und 1000 Watt ist jetzt wirklich mal der halbe Haushalt. Und hier haben wir 1228 Wattstunden Kapazität. Ich kann mich hier also darauf verlassen, dass wenn alle anderen keinen Strom mehr haben, dass ich meine Stromreserve zu Hause habe. Und ich habe das vorhin erwähnt mit dem Blackout. Ich glaube, an dem Thema kommt keiner mehr vorbei. Du hörst es ja auch täglich in den Nachrichten, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir sprechen da auch in meinem Bekanntenkreis und in meiner Familie drum. Man möchte sich einfach absichern. Richtig, genau. Und jetzt lassen wir es mal in einer Revue passieren. Vor einem halben Jahr haben die Ersten davon gesprochen, im Winter besteht die Möglichkeit eines Blackouts. Da hat man einen Spinner abgetan. Dann wurde es ein bisschen mehr. Dann haben sich die ersten Experten gemeldet. Auch so unwahrscheinlich ist das gar nicht. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, dass die Wahrscheinlichkeit unglaublich hoch ist. Weil alle Medien, egal wo man hinschaut, ob das die Tagesschau, ZDF ist, ob das Fokus ist, ob das die Bild-Zeitung ist. Alle Medien, die groß und bekannt sind in Deutschland, beschäftigen sich mit dem Thema. Und ich habe es vorhin erwähnt, sogar die EU-Kommission hat Empfehlungen abgegeben zum Verhalten im Falle eines Blackouts. Da sehen wir das mal. Tagesschau, Sorge vor Blackout bleibt bestehen. Stromausfall in Deutschland veröffentlicht. Liste von Lebensmittelnotvorrat, Katastrophenhilfe auch innerhalb der EU, Brüssel befürchtet es, Frankreich bangt um die Stromversorgung zu sehen. Also das ist kein rein deutsches Problem. Das ist ein europäisches Problem, vielleicht sogar ein weltweites Problem. Müssen wir mal abwarten. Aber die Wahrscheinlichkeit besteht, und jetzt kommen selbst die größten Skeptiker nicht mehr dran vorbei, sich vorzubereiten. Ich wurde schon mal gefragt, was machst du eigentlich, wenn kein Blackout kommt? Und ich kann es ganz klar sagen, ich freue mich, wenn kein Blackout kommt. Aber ich habe mich vorbereitet. Das ist ja, was passiert? Sie haben eine Unfallversicherung, was machst du, wenn du keinen Unfall hast? Ich freue mich. Oder eine Feuerversicherung, was machst du, wenn es nicht brennt? Ich freue mich, dass es nicht brennt, aber ich versichere mich. Und genau so sehen Sie sowas auch als Versicherung für Sie, für Ihre Familie. Hier, dass wenn es wirklich zu Eventualitäten kommt, haben wir hier die Möglichkeit. Das Solarpanel ist genauso schnell wieder zusammengeklappt. Sie sehen. Und ich möchte dich einfach mal bitten, das mal in die Hand zu nehmen, dass du siehst. Es hat so gut wie... Es ist super leicht. Also auch kein Zusatzballast, den man irgendwo hin mitschleppen kann. Und Sie sehen, von der Dicke her, das ist auch ganz leicht runterzubringen. Und es ist auch im Prinzip, egal in welcher Kombination, eine Geldsparmaschine für Sie. Bei den Strompreisen ist das ganz intelligent, wenn Sie es tagtäglich nutzen. Also nicht nur beim Stromausfall, nicht nur beim Camping, nicht nur im Schrebergarten, sondern stellen Sie das Solarpanel einfach morgens, wenn die Sonne aufgeht, raus auf den Balkon oder die Terrasse. Nutzen Sie den Strom, indem Sie es hier drin speichern. Und abends entnehmen Sie auch nur einen kleinen Teil Ihres Haushaltsstroms. Das kann der Fernseher sein, das kann vielleicht auch mal die Kaffeemaschinen oder Ähnliches sein. Nehmen Sie hier raus. Und dieser Strom, den Sie hier dann entnehmen, der ist kostenlos erzeugt über Ihr Solarpanel und wird Ihnen nicht von Ihrem Stromanbieter berechnet, weil er läuft ja gar nicht über die Stromuhr. Also das ist einfach clever. Und 1000 Watt, die reichen wirklich aus, um die wichtigsten Geräte zu betreiben. Und wenn der Speicher, das ist ja ein Stromspeicher, mal leer ist, können Sie sich sicher sein, dass beim nächsten Tag, wenn die Sonne wieder aufgeht, wieder Strom über die Solarpanel zurückgeführt wird. Und das ist einfach clever und ist Ihre Stromversicherung. Ja, und die bekommen Sie hier zum TV-Sonderpreis natürlich auch versandkostenfrei wieder zu Ihnen von 1.187,49 Euro. Die Bestellnummer für unsere Kombination mit dem Powerpack hier mit 1000 Watt und diesem Solarpanel bestellen Sie mit der ZX 9065 und der 569. Also das ist jetzt einfach mal Ihr Vorteil. Greifen Sie jetzt zum Hörer, dann haben Sie die Stromversorgung gesichert dank der Sonnenenergie und dem praktischen Solarpanel. Wunderbar. Ja, dann soll es ein bisschen mehr sein, nicht an Leistung. Das Powerpack bleibt das gleiche, der Stromspeicher, sondern wir wechseln das Solarpanel. 80 Watt und wir sehen hier einen kleinen Größenunterschied zu 100 Watt. Immer noch ultraflach, ultraleicht und Sie haben es ja vorhin gesehen, wie einfach das Kraftwerk aufzubauen ist. Alle Kabellagen sind in der Tasche integriert und jetzt sprechen wir von dieser Kombination. 100 Watt Monokristalline Solarzelle, so hauchdünn. Überhaupt kein Problem, das irgendwo unterzubringen, ohne dass es im Weg steht oder auch zu transportieren, ohne dass es zusätzlich großes Gewicht auf die Waage bringt. Und hier natürlich unser Powerpack. Übrigens, dieses Powerpack natürlich für mich die beste Akkutechnologie und auch die sicherste Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus. In aller Munde, das haben wir hier auch drin. Langlebigkeit, Umweltfreundlichkeit und hohe Kapazität. Das sind die Leistungsdaten. Übrigens ist dieses Powerpack auch per Bluetooth mit Ihrem Handy zu steuern. Also wenn Sie gar keine Lust haben, die Tasten zu drücken, was ja aber nicht allzu schwer ist, hier 230 Volt zuschalten. Hier haben wir die 12 Volt, die man zuschalten kann. Hier unten haben wir die 5 Volt, die man zuschalten kann. Hier laden wir das Gerät wieder. Übrigens hier auch noch eine Besonderheit. USB-C mit bis zu 65 Watt, also selbst für die größten, leistungsfähigsten Geräte ist das möglich. Und hier haben wir jetzt natürlich eingeblendet die Kombination dieses leistungsstarke Powerpack, der modernsten Art, wie ich finde, in Zusammenhang mit 100 Watt Solarpanel, das Diana hier immer noch in der Hand hält. Das ist so hauchdünn, aber trotzdem riesengroße Leistungsaufnahme. Ja, und wenn Sie das jetzt anspricht, dann greifen Sie jetzt zum Hörer. Ich nenne Ihnen auch gerne hier einmal die Bestellnummer. Das ist die ZX 9072 und die 569. Und Sie sichern sich natürlich auch hier wieder den TV-Sonderpreis. Die Versandkosten, die übernehmen wir. Und es ist auch ablagerlieferbar. Also wie gesagt, nutzen Sie diese Gelegenheit, dann können Sie Ihren eigenen Strom produzieren. Dank der Sonnenenergie und können dann täglich davon profitieren. Und das ist einfach ein richtig gutes Gefühl, wenn man vorgesorgt hat. Ja, auf jeden Fall sorgen Sie vor, holen Sie Ihre kleine Stromversicherung. Jetzt kommen wir zur dritten Variante und da werden wir fix. Gerade waren wir faltbar. Und zwar haben wir hier diesen schönen Aluminiumrahmen. Wir können das ruhig mal hinten dran stellen. Da sehen wir auch, wie toll das aussieht. Ebenfalls monokristalline Solarzellen. Hier jetzt eine Leistungsaufnahme von 110 Watt. Wir setzen also nochmal 10 Prozent drauf. Hier der Vorteil ist natürlich, dass du es so irgendwo hinstellen kannst, ohne Flexibilität. Also ohne, dass es irgendwie knicken kann. Es ist immer in der richtigen Richtung, die Sie wollen. Hier sieht wunderschön aus. Mit dem Aluminiumrahmen ist natürlich auch modernste monokristalline Solarzelle. Und es ist wieder eine Kombination. Unser Powerpack hier nochmal 1228 Wattstunden Kapazität, maximal 1000 Watt Leistungsentnahme. Und das Solarpanel, 5 Meter Anschlusskabel, sodass Sie auch die Reichweite haben. In Campingmobilen sieht man das sehr viel, dass wenn geparkt wird, so ein Solarpanel einfach mal ans Rad gestellt wird. Also Richtung Sonnenseite natürlich. Oder, dass sowas auch per Silikon auf dem Dach mal installiert ist. Auch das ist möglich. Also hier unsere dritte und in dem Fall leistungsstärkste Kombination. 110 Watt Solarpanel und natürlich unser leistungsstarkes, modernes Powerpack, das wir hier haben. Und das ist eben auch für Sie wieder Ihre kleine Stromversicherung. Ja, und auch hier haben wir einen super guten TV-Sonderpreis für Sie. Der liegt hier bei 1234,99 Euro. Die Kombination kommt natürlich dann auch versandkostenfrei bis vor Ihre Haustür geliefert und ist auch lieferbar. Also auch hier wieder die Gelegenheit jetzt gleich am besten nutzen. Und dann können Sie das Solarpanel einfach aufstellen und wieder davon profitieren. Und dank der Sonnenenergie Ihre Geräte betreiben. Das geht super einfach. Und hier die Kombination mit dem Powerpack zusammen. Und gleich haben wir das natürlich auch noch einzeln für Sie. Richtig, einzeln. Ganz einfach für alle, die schon einen Solarpanel haben. Deshalb machen wir das mal ganz kurz runter. Jetzt geht es nur um das Powerpack. Wenn Sie sagen, ich möchte kein Solarpanel oder ich habe schon eins, welches ich hier anschließen kann, dann bestellen Sie auch nur dieses Powerpack alleine. Es ist unglaublich leistungsstark mit nochmal 1000 Watt. Und viele benutzen auch so einen Powerpack, so einen Stromspeicher einfach auch als Reserve für Ihre Heizung. Jetzt wird der eine oder andere sagen, warum Reserve für die Heizung? Ganz einfach, egal ob Sie Gas oder Öl haben, wenn Stromausfall ist, funktionieren die nicht. Warum nicht? Ganz einfach, weil das Steuermodul eben elektrisch ist. Und hier sichern Sie praktisch das. Jetzt müssen Sie nur schauen in Ihrem Heizungskeller, wie wird Ihre Heizung betrieben. Also meistens sind zwei Pumpen dran oder zwei Stecker, einmal für die Steuereinheit, einmal für die Pumpen. Da kann es aber auch sein und das müssen Sie kontrollieren, dass es in der Abzweigdose geht. Ich habe das bei einer, bei den Pumpen gehabt und da habe ich jetzt eine Steckdose, also einen Stecker, einen Schuko-Stecker und Steckdose installieren lassen. Das heißt, ich kann im Stromausfall einfach die Stecker ziehen, hier ins Powerpack einstecken und schon läuft meine Heizung auch bei einem langfristigen Stromausfall. Und das könnte im Winter auch für Sie interessant sein. Also wenn Sie das Powerpack alleine brauchen, dann haben Sie jetzt gerade die Bestellnummer dazu gesehen und natürlich auch die Möglichkeit bekommen. Ja, und Sie sichern sich dann auch den TV-Sonderpreis. Es kommt auch wieder versandkostenfrei zu Ihnen. Die Bestellnummer für unser Powerpack hier mit 1000 Watt und hat auch sogar eine App, über die Sie dann über das Handy schauen kann, wie viel Sie hier schon gespart haben. Die Bestellnummer ist die ZX-3211 und die 569. Jetzt sind Sie gefragt, vielleicht haben Sie schon ein Powerpack, aber wollen vielleicht noch ein etwas kleineres oder natürlich auch hier mit den Kombinationen mit dem Solarpanel. Wir wünschen ganz viel Freude damit.